Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Annika und mit dieser Meditation begleite ich dich dabei, dich für einen Moment mit dir und deiner inneren Welt zu verbinden. Du kannst dort dem heilsamen Gefühl von Liebe und Frieden begegnen und dich daran erinnern, dass du Liebe und Frieden immer in dir trägst, auch dann, wenn du es vielleicht manchmal nicht bewusst wahrnehmen kannst. Mache es dir nun an einem Wohlfühlort im Sitzen oder Liegen gemütlich und schließe deine Augen. Dieser Moment gehört nur dir allein. Dies ist dein geschützter Raum. Du wirst jetzt vollkommen in Ruhe gelassen und darfst dich ganz deiner selbst zuwenden. Nimm dich wahr mit allem, was gerade präsent ist. Mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, mit deinem ganzen Sein. Du bist genau richtig und musst überhaupt nichts verändern. Du bist genau so gewollt und wirst vom Leben geliebt, weil du bist, wer du bist. Wir alle erfahren auf unserem Weg Wellenhochs und Wellen Tiefs. Wir alle kämpfen manchmal gegen etwas an, vielleicht auch gegen uns selbst. Und gerade in diesen Zeiten braucht unser Herz ganz besonders viel Zuwendung. Lasse mit jedem Einatmen Liebe in dein Herz fließen und trage mit jedem Ausatmen deine Liebe in und in die Welt hinaus. Spüre den leichten Luftstrom, der ganz von alleine kommt und wieder geht. Mit dem Bewusstsein, dass du jetzt einfach ganz du selbst sein darfst. Dass du jetzt einfach Mensch sein darfst. Und wenn du möchtest, erlaube deinem Körper, mit jedem Ausatmen etwas mehr zu entspannen. Erlaube jedem Muskel loszulassen, einfach so weit, wie es dir jetzt gerade möglich ist. Kein Tag gleicht dem anderen und jede Meditationspraxis schenkt uns unterschiedliche, vielleicht auch mal neue Erfahrungen. Wenn du möchtest, gib dir selbst die Erlaubnis, dich nur für diesen einen Moment, ja vielleicht nur für einen Atemzug, von jeglichen Erwartungen an dich selbst zu befreien. Dich von eventuellen Bewertungen, Selbstzweifeln, von allen Gedanken zu lösen, die Seelenschmerz in dir entstehen lassen, um dann zu spüren, was sich unter all dem befindet. Um zu spüren, dass unter dieser Schicht Liebe und Frieden existieren. Liebe und Frieden. Sie sind immer da. Sie sind immer in dir. Vertraue darauf, dass in diesem Moment alles in Ordnung ist. Vertraue darauf, dass jeder Schritt auf deinem Weg wichtig und wertvoll ist. Ich wertschätze jeden Schritt meines Weges. Du musst keinem etwas beweisen, auch nicht dir selbst. Ich bin genug und ich leiste genug. Alles auf dieser Erde ist im ständigen Wandel. Altes geht. Neues entsteht. Mein Zustand ist vorübergehend und es wird leichter. Erlaube dir, schmerzhafte Erfahrungen ruhen zu lassen. Sie sind in der Vergangenheit, dort, wo sie hingehören. Ich lasse meine Vergangenheit ruhen. Du hast deine Geschichte, aber du bist nicht deine Geschichte. Ich bin so viel mehr, als ich manchmal denke. Nicht jeder wird deine Situation verstehen und das ist auch nicht wichtig. Ich bin dankbar für diejenigen, die mich wertschätzen. Du musst dich nicht für deine persönlichen Grenzen entschuldigen. Ich stehe zu mir und erlaube mir, Nein zu sagen. Nur du allein kannst fühlen, was wirklich gut für dich ist. Es ist mein Leben und es ist meine Gesundheit. Du darfst dein Leben mit allem füllen, was dich bereichert. Aus allem, was ich liebe, schöpfe ich neue Kraft. Fokussiere dich darauf, was du möchtest und wohin du möchtest. Ich habe den Mut, mein Leben zu verändern. Im jetzigen Moment findest du das, was du brauchst. Liebe und Frieden sind immer in mir. Sieh dich um und verliere auf deiner Reise nie die schönen Dinge aus den Augen. Ich bin dankbar für all das Schöne in meinem Leben. Atme Liebe ein und atme Liebe aus. Ich atme und mein Herz lächelt. Nun bilde dir einen eigenen, kraftvollen und positiven Satz, der dir in diesem Moment ganz besonders gut tut. Schenke dir eine Minute in Stille. Wiederhole den Satz einige Male und fühle seine Energie. Bis zum nächsten Mal. 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 tiefen und wohltuenden Atemzug ein und atme vollständig wieder aus. Bewege in deinem eigenen Tempo deine Hände und Arme. Bewege deine Füße und Beine, kreise deine Schultern von vorne nach hinten, und von hinten nach vorne. Strecke dich einmal ganz ausgiebig und genüsslich. Fülle deinen gesamten Körper mit neuer und frischer Energie. Und wenn du so weit bist, öffne deine Augen und danke dir selbst für diesen wertvollen Moment der Ruhe und Selbstliebe. Wenn du magst, teile deinen heutigen Satz sehr gerne mit mir und den anderen Hörern in der Kommentarfunktion. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Namaste Deine Annika seuerde